zwischen dem jürgen und dem hallini und ich würde gerne auch mal wissen was die kollegen für ihn empfinden weil alles was ich ihm sag was gemacht werden muss wird meist nicht gemacht und da frage ich mich halt ob er es ihnen einfach nicht sagt oder ob sie es einfach nicht machen wollten weil es er sagt so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020